Einen wunderschönen guten Morgen, mein Lieben, mein Name ist Ji aus dem Crypto Café. Ich bin euer Crypto Trainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen, definitiv keine Finanzberatung. So, wir haben Montag, den 25. Juli und diese Woche gibt es einiges. Als erstes gucken wir uns mal kurz die Charts an. Wir haben bei Bitcoin wieder einen Rückfall unter die 200-Wochen-Linie. Und das ist natürlich die Entscheidungslinie, wie viele prophezeit haben, die Großen, die Größten. Meiner Meinung nach ist es einfach nur eine Linie wie viele anderen, die ich hier auch in meinem Chart gemalt habe. Also, wir werden da definitiv noch ein bisschen hin und her spielen, sowohl oben als auch unten. Aktuell sieht es tatsächlich so aus, das ist mein Bauchgefühl, dass wir nochmal ein Stück zurückgehen könnten, auch bei Missier, nochmal runter, vielleicht in die Richtung 1300 oder 400, weil natürlich am Mittwoch die großen Entscheidungen anstehen. Und was das sind, da gucken wir uns auch gleich an. Das habe ich nämlich hier bei mir im Twitter gepostet. Falls ihr solche aktuelleren News und wo ich täglich etwas poste, verfolgen wollt, dann gerne Twitter. Link gibt es unter jedem Video. Genauso wie der Link zum Discord. Das ist der richtige Platz zum Austausch. Wenn man bestimmte Themen rund um Krypto sich dafür interessiert. So, und zwar, diese Woche haben wir das Wichtigste, ist natürlich zuerst am Mittwoch. Mittwoch am Nachmittag, ich glaube bei uns müsste es irgendwann ein spät Nachmittag sein. Da wird dann die Fed die nächste Zinserhöhung bekannt geben. Letzte Woche, wo nämlich die schlechten Inflationszahlen rauskamen, da sind plötzlich alle Analysten auf 100 Punkte Zinserhöhung umgestiegen. Jetzt ist es wieder zurückgegangen auf 75 Prozent und da seht ihr, niemand hat wirklich Ahnung, was da letztendlich rauskommt. Es gibt Indizien, unterschiedliche Zahlen aus der Wirtschaft und so weiter, die in bestimmte Richtungen zeigen, wohin diese ganze Wirtschaftsentwicklung geht. Letztendlich, ja, bei der Fed, ich meine, das ist, das habe ich früher schon mal erwähnt, bei der Fed, das ist so eine Gruppe, ein Tisch, das ist ein paar alte Männer da an dem Tisch, diskutieren, plaudern ein bisschen, ja, jeder sagt dann, hier ist meine Stimme, 75, ja, ich bin für 100 und so weiter. Und am Ende, das ist keine demokratische Abstimmung, ja. Der Jerome Powell, das ist der Vorsitzende, ja, der wird natürlich die Meinung oder die Einwände der einzelnen Mitglieder berücksichtigen, aber die letztendliche Entscheidung, das fällt ja ganz allein. Ja, und deswegen ist es eigentlich nicht wirklich politisch, ähm, politikfreie Entscheidung, sondern, ne, die Fed, die sollte ja, der Grund für die Fed, das ist eine private Institution, ist ja eigentlich, dass damit der Staat mit der Politik, ne, nicht in die Wirtschaft eingreifen soll, ja. Aber letztendlich ist der Vorsitzende, wird vom Politiker bestimmt, also von der Politik bestimmt, wer da sitzt und die Entscheidung trifft und wenn, ne, eine Entscheidung trifft, die nicht so sehr der Politik gefällt, dann kann man ihn natürlich absetzen, ja, und jemand anderes sozusagen parteitreuen, wenn es in China wäre, hinsetzen und, ähm, ja, wir können da gespannt bleiben. Ich denke, ähm, das ist, ne, meine Vermutung, dass wir bis Mittwoch vermutlich alles eingepreist haben werden, ja, in den Märkten und, ähm, ich mache sowieso DCA, ja, schon seit einigen Wochen oder Monaten und, ähm, dass der Kurs jetzt aktuell eben gut ist für die lang-, mittelfristige, ähm, Zeithorizont, also zwei bis fünf Jahre gesehen, das, denke ich, dafür ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, ja, und da ist es unbedeutend, ob man, ne, ich sehe mal bei 1,5, 1,3 oder 1,1, ähm, 900 kauft, ja, genauso wie bei Bitcoin. Und ansonsten haben wir noch einige andere Zahlen, die da vorkommen, das sind, ähm, die nämlich am Dienstag und am Mittwoch und Facebook, ja, diese Zahlen sind natürlich von großen Konzernen und, ähm, die, nicht die Zahlen da an der Stelle, sondern tatsächlich deren Aussicht, ja, wie die, die nächsten Quartale beurteilen und dort einschätzen, ähm, wie die Einschätzungen sind, ja, können auch eine Rolle spielen in der Betrachtung, beziehungsweise in der Einschätzung der FED, ja, inwiefern die die Zinsen stark anziehen sollten oder nicht. So, das sind also die Sachen von dieser Woche. Wir haben, ja, einen weiteren Rugpull, ich meine, ne, ähm, keine Woche ohne Rugpull, das ist halt DeFi und deswegen muss man immer auf der Hut bleiben, ja, ähm, die Daumenregel ist natürlich, ne, je größer der Market Cap, je älter ein Projekt ist, desto geringer, ja, ähm, korreliert die, die Wahrscheinlichkeit mit dem Rugpull, also, ob es entgegengesetzt korreliert, das heißt, die sinkt, ne, die Wahrscheinlichkeit und, und vor allem, wenn ihr irgendwelche Coins seht, ja, die mit irgendeinem Tieren zu tun haben, ja, dann sollte man schon, ne, das sehen, wofür die sind, das sind dann Meme-Coins, ja, die haben nicht wirklich einen Nutzen, sondern das ist einfach Spielgeld, ne, und, ähm, ja, in dem Fall haben wir Teddy Doge mit 4 Millionen, ja, ich meine, gut, ich meine, ein Projekt, äh, ja, mit dem Teddy, ja, süßlich, ne, Doge auf Dogecoin und, ähm, auf Binance Smart Chain, ich meine, das ist schade für Binance Smart Chain, ne, ich meine, viele schimpfen über Binance Smart Chain, dass es zentralisiert ist, ja, und, äh, nur 20 Validatoren hat und so weiter und so fort, aber ich glaube, Binance Smart Chain an der Stelle, ja, kann tatsächlich, ähm, im Gegensatz zu allen, allen anderen Chains, die es gibt, die auf, äh, Dezentralisierung, auf, ähm, Sicherheit und, ne, diese, diese Maxime auslegen, das ist, ähm, ähnlich, ähm, Binance Smart Chain stelle ich fast in die gleiche Kategorie wie, wie Polygon, ja, weil es, äh, unternehmerische, ähm, Aktion, äh, nicht Aktion, aber, äh, ein Unternehmen ist, ja, wie, wie von CC geführt, nur, dass es auf Blockchain basiert, ne, ja, und, ähm, das dort aber an der Stelle, sag ich mal, solche kleinen Projekte hinkommen, weil es günstig ist, ja, und weil es natürlich, ne, mit EVM ist, es ist also relativ einfach drauf loszulegen, bringt es natürlich einen relativ schlechten Ruf, ja, aber wenn man sich mal tatsächlich die, ähm, auch die Gebühren anguckt, die Binance Smart Chain akkumuliert, über die letzte Zeit, die sind, ich glaube, auf Platz zwei oder drei, ja, hinter Ethereum, und, äh, und, äh, das allein entspricht schon dafür, wie viel Adoption, ähm, auf der Chain stattfindet, und das soll man nicht vernachlässigen, meine Meinung nach, auch wenn die Chain insgesamt schlechten Ruf hat, ja. So, ähm, wir haben ICC, das war letzte Woche in Paris, da haben wir leider nicht geschafft, da hinzukommen, ähm, vielleicht nächstes Jahr, ja, soll man definitiv ins Auge fassen, aber werde ich ins Auge fassen, mal da hinzukommen. Zuvor gibt es noch einiges an anderen Konferenzen in Europa, mal gucken, was da, ähm, die Frage kommt. Und auf jeden Fall gibt es ja bei solchen Konferenzen immer, ne, solche, ähm, Rede oder Podiums, äh, Diskussionen, in dem Fall sind es halt, ähm, Präsentation, ja, von, äh, verschiedenen Projekten, größeren, kleineren, unter anderem auch von Vitalik, ne, über dreiviertel Stunden, da hat er erzählt. Ich meine, für mich, ähm, persönlich, ne, fast alles, wovon er erzählt hat, hat er ja schon zuvor publiziert, über, ne, Medium oder Artikel, die er schreibt, aber auch zum Beispiel dieses, äh, diese Roadmap, ne, ähm, ähm, die hat er ja schon letztes Jahr vorgestellt, und, äh, aber ist trotzdem nochmal schön zu sehen, ähm, dass er darüber gesprochen hat, und das sind, wie gesagt, viele gute Sachen, geht einfach auf YouTube, google nach ICC, das sind dann diese ganzen, ähm, Vorträge dabei, und, äh, für, als Einstieg generell ist ein guter Punkt. So, wir haben Yuga Labs, ne, ähm, ähm, ich, ich denke, das ist nichts wirklich, ähm, schwerwiegendes, aber, ne, das muss man immer im Hinterkopf behalten, wenn man zum Beispiel in NFT-Projekte einsteigt, vor allem, vor allem, und das ist das Wichtige, es gibt ja diese NFT-Projekte, wo man zum Beispiel durch Staking, ja, von den, den NFTs, die man bekommen hat, diesen Coins bekommt, ja, und das ist halt ein sehr, sehr, sag ich mal, grenzwertiges Gebiet, ne, weil das sehr stark in diese Security-Muster hineinfällt, ja, was der, was die SEC, ne, benutzt, um, Leute, Dinger, also Assets zu evaluieren, inwiefern die Securities sind. Und in diesem Fall, ne, ähm, bei Yuga Labs, ähm, es gibt noch keine Sammelklage, ja, aber eine große Kanzlei, die haben gesagt, hey, wir sind dabei zu evaluieren, inwiefern Menschen, ne, ähm, Interesse da dran hätten, ja, da ich mal in Anführungsstrich, äh, Yuga Labs zu verklagen, ja, warum, naja, gut, die sind 4 Milliarden schwer, ja, die sind, das sind, das ist der größte Brocken in dem ganzen NFT-Space, ja, die haben Kohle ohne Ende, und, äh, ich sag mal, übersetzt heißt einfach, die haben viel Geld, ja, und wir können davon was haben, von deren Kuchen, ja, da haben die keinen Bock drauf, und, ähm, ja, kommt mit uns, wir verklagen die und kriegen Geld raus, ja. Ich glaube nicht, dass da, ne, ähm, die SEC dabei mit einsteigt, weil die wollen die nämlich darauf verklagen, dass die, äh, NFTs, halt von, vor allem die Bored Apes, äh, SECURITIES sind, ja, und dass die ohne die Lizenz, ne, diese SECURITIES verkauft hätten, ja, das ist auf jeden Fall Yuga Labs, wir haben Tesla, ja, ähm, habe ich, das ist wirklich interessante Artikel, kann ich euch empfehlen, geht aber sehr stark in die, ähm, Finanzindustrie, und zwar die amerikanische speziell, ja, also in Buchhaltung und so weiter, wie das berechnet wird, ich musste tatsächlich einiges nachgooglen, wie das Ganze funktioniert, ist also nicht ganz leicht zu lesen, aber, ne, ich fasse es kurz für euch, ähm, der Punkt ist in den USA, ja, ist die Regel so, wenn, wenn man eine, eine Asset, ne, wie Bitcoin, das fällt in einen speziellen Bereich, ähm, die, die, wenn die auf den Büchern landen, ja, dann zählt deren Wert Verfall, ja, das zählt als Impairment, ne, das kann man praktisch in den Quartalszahlen veröffentlichen, das zählt, ähm, die als Verluste, aber, wenn der Wert wächst, ja, obwohl es in den Büchern steht, ne, in diesem Beispiel, in diesem Fall Bitcoin, ja, die haben ja bei 30.000, glaube ich, gekauft, ja, wenn Bitcoin bei 60.000 liegt, ne, und die machen Quartalszahlen, dann spiegelt sich diese Steigerung des Wertes um Bitcoin nicht in den Zahlen wieder, ja, weil das ist deren, deren Buchhaltungsregeln, ne, da, da können die nichts für, ja, das ist so gemacht, die Regeln, so. Was passiert aber, wenn die jetzt, ne, Bitcoin verkauft haben, wie die jetzt im zweiten Quartal gemacht haben, ja, da drauf Gewinn gemacht haben, ja, in Form von Cash, dann spiegelt sich natürlich dieser Gewinn wieder in den Büchern, erstens das, und zweitens der Verlust, ne, denn natürlich Bitcoin durch den Verfall während des Laufes im, ähm, ne, des zweiten Quartals, vielleicht sogar durch den Massenabverkauf, ja, man weiß ja nicht, wann die genau verkauft haben, das dann zu welchem Verlust eintritt, ne, ihr wisst ja, der war ja dann gegen Ende des zweiten Quartals bei 22.000, oder 21.000, also weit unter deren Einkaufspreis, ja, das führt dann nochmal zu einer Verlustabschreibung gegen deren Gewinn, ja, das heißt, ne, das könnte theoretisch, ähm, komplett in eine ganz andere Richtung gelaufen sein, nämlich, dass die einfach ihren, nicht nur, ne, mehr Cash auf den Büchern haben, sondern in zwei Richtungen gleichzeitig, also besser dastehen für, natürlich für die ganzen Anleger, ja, für die Aktionäre und Investoren und so weiter, also hat vielleicht gar nicht mit deren Überzeugung oder, ne, Idee mit Bitcoin zu tun, sondern ist einfach ein Werkzeug für den gewesen, das alles besser aussehen zu lassen, ja. Ja, und wir haben einen Hacker, ne, der hat das Interessante an diesem Ganzen, kommt gleich am Ende, ist, ähm, da wurde Twitter gehabpt, ja, das sind zentralisierte Plattformen, ja, ob das Twitter, Facebook, ähm, Instagram, wie die alle heißen, ja, und egal wie viel die in Sicherheit und sonst was investieren, es gibt immer Angriffspunkte, ja, von zentralisierten, ähm, Plattformen, so. Und da haben letzten, Ende letzten Jahres, ja, muss man das mal vor Auge halten, das wurde gar nicht so groß publiziert, die haben Twitter gehackt, ja, und haben dort, ähm, nach und nach 5,4 Millionen Account-Daten rausgezogen, ja. Die hätten 50 Millionen rausziehen können, ja, bis Twitter natürlich diesen Fehler durch Hinweis aus der Bevölkerung, das könnte, ja, der Hacker selbst gewesen sein, dann, ne, einen Monat später die Lücke gefixt hat, so. Das heißt, die haben 4,5, äh, 5,4 Millionen rausgezogen und die sind aktuell tatsächlich für 30.000 auf dem Schwarzmarkt kaufbar, ja. Das sind nicht nur, äh, Namen, Adresse, sondern das sind auch die Two-Factor-Authentification dabei. Und das könnte tatsächlich, ne, auf die, die Ereignisse letzte Woche, wo ich drauf, äh, angesprochen habe, ne, ne, dass zum Beispiel auch größere Accounts auf, ähm, Twitter gehackt worden sind von Seneca und so weiter, dass die, obwohl die zwei Two-Factor-Authentification drin hatten, ja, ja, Account gehackt. Diese zwei FA, das ist nicht absolut sicher, ja, denn dahinter steckt auch ein Private Key, ja, die nennen das Time-Based One-Factor-Authentification oder sowas, ja, das ist einfach ein Code, ja, der auf, in diesem Fall auf euer Handy oder auf euer Tablet, was auch mal gespeichert ist, ja, und aber gleichzeitig auf dem Server, so. Und wenn der Hacker aber diesen Key hat, dann kann er praktisch euer Handy simulieren und einfach sich selbst den Code generieren, um in euer Account reinzugehen, ja. Das Einzige, was glücklicher dabei nicht gewesen ist, sind die Passwörter selbst, ja, das heißt, alles andere, ne, eure Namen, Adressen, also, eure Registrierungsdaten, E-Mail und so weiter, die sind alle geklaut worden, ja, nur das Passwort nicht. Und deswegen kann man nur empfehlen, wenn ihr auf Twitter in dem Fall seid, ne, das sollte man sowieso machen, weil man wirklich darauf achtet, auf die Sicherheit, auf allen großen Plattformen einmal im Jahr wenigstens sämtliche Passwörter neu zu generieren, ja. Da gibt es sehr gute Passwort-Tools, die diese ganzen Passwörter für euch behalten, sichern, damit ihr nicht, ne, alles selber aufschreiben müsst. Und, ja, das Interessante ist natürlich an der Stelle, derjenige, der, ne, Twitter drauf hingewiesen hat, dass da eine Lücke gibt, der hat 5.000 Dollar Bonus dafür bekommen, ja, für diese Lücke. Ja, das ist natürlich, da kann man sehen, wie viel die Plattform, ne, im Vergleich zu, wir haben ja gestern, nee, vorgestern, glaube ich, im Frühstück besprochen, bei dieser Code Arena-Geschichte, ja, wo teilweise Millionenbeträge ausgesetzt werden für Bug-Hunting, ja. Ja, das ist eben ein Vergleich von CeFi und DeFi. Und ein letzter Artikel, den habe ich noch nicht zu Ende durchgelesen, ist ein sehr langer Artikel, ja, es geht um drei AC, deren Verwicklung mit Grayscale und Genesis, ähm, ich bin, ich glaube, bei ein Drittel etwa, ja. Der Gefühl, ne, wie gesagt, ich bin noch nicht da durch, werde ich wahrscheinlich morgen darüber, ähm, in der Frühstücksendung sprechen, ähm, es geht da drum, dass die, an der Stelle mit GBTC, ne, das ist der Grayscale Bitcoin Trust, ja, viele, ne, ähm, ich habe das auch selbst früher mal gesagt, ne, wenn ihr nicht wirklich Bitcoin kaufen wollt, ist das eine Option, ja, GBTC zu kaufen. Aber man muss an, ähm, zwei Sachen bedenken, ne, man kann den kaufen, ja, als Bargeld, aber man kann den nicht umtauschen gegen echten GBTC, äh, gegen echten Bitcoin, ja. Das ist auch der Grund, warum die das umtransferieren wollen in ein ETF-Format, weil dann könnte man als Halter von GBTC, ne, den 1 zu 1 gegen Bitcoin umtauschen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich dieses Premium, beziehungsweise Nachlass, ne, ne, den die aktuell haben. Das sieht vielleicht verlockend aus, ja, 20 oder 3% Nachlass gegenüber echten Bitcoin-Preis. Aber, ne, man bedenkt, das ist eigentlich nur ein Spekulationsobjekt. Das ist kein 1 zu 1 umtauschbar, ne, gegen Bitcoin. Du kannst es nur gegen das Teil selbst wieder zurücktauschen, ja, ja, in Bargeld hin und her und nichts anderes. Und in der Hinsicht, zum aktuellen Zeitpunkt, ja, ist es einfach nur spekulativ, statt richtigen Bitcoins GBTC zu kaufen. Und dieser Artikel geht halt darum, wie 3AC an der Stelle massiv mit GBTC gespekuliert haben, ja, in beiden Richtungen, sowohl kaufen als auch verkaufen. Und, ja, wie gesagt, dazu kommt später noch ein Artikel, das heißt, eine Extrasendung dazu. Das war's auch schon heute als Auftakt in die Woche. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, entspannten und vielleicht, ja, nicht so sehr verschwitzten Woche. Und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist G aus dem CryptoCafe. Ciao, ciao.